Das Usenet in Deutschland ist ein bisschen in Verruf geraten durch Abzockanbieter wie Usenet.nl und Usenext. Aber sind das wirklich Abzockanbieter? Dieser Frage möchte ich in diesem Video nachgehen. Usenet.nl und Usenext fallen durch ihre aggressive Werbung im deutschen Raum auf. Viele Dateien in Deutschland werden über sogenannte One-Click-Hoster heruntergeladen. Dort sind aber auch oft Dateien offline. Ist das der Fall, gibt es oft Werbung von Usenet.nl und sagt, aha, bei uns findest du die Datei noch. Das ist meistens nicht richtig, denn Dateien, die auf One-Click-Hoster liegen, findet man in identischer Form so nicht im Usenet. Das sind zwei völlig verschiedene Welten und das Ganze funktioniert auch anders. Deshalb ist mein Rat, nicht das zu verwechseln. Also wenn man auf einem Link-Cryptor zum Beispiel ist und dort wird Usenet-Werbung angezeigt, ist das meistens nicht richtig oder ich sag mal unseriös, denn diese Dateien, die dieser Link-Cryptor davor hält, werde ich nicht im Usenet finden. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Trotzdem kann man natürlich Urlaubsfilme und Urlaubsbilder im Usenet herunterladen. Das ist ja nicht die Frage. Prüfen wir doch mal die Werbeversprechen von Usenext und Usenet.nl. Also interessant finde ich hier zum Beispiel die Formulierung 100% anonym. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn wenn ich mich dort registriere, muss ich eine Kreditkarte oder Paypal hinterlassen. Da ist also nichts anonym. Man kann natürlich sagen, der Zugang zum Usenet ist anonym, aber 100% anonym würde natürlich auch mein Konto mit einschließen. Dann müsste man vielleicht sagen 90% anonym oder so. Also das ist schon ein Werbeversprechen, das ich ziemlich dubios finde. Hier steht jetzt auch noch Highspeed-Zugang mit bis zu 250 GB. Schauen wir uns mal die Pakete an. Und ich finde hier keine 250 GB. Man bekommt mehr sogar oder weniger, je nachdem wie man rechnet. Man bekommt hier ein Highspeed-Volumen und man bekommt hier eine Flitrate mit 2 Mbit pro Sekunde. Aber wo diese 250 jetzt herkommen, keine Ahnung. Ich habe auch versucht, das irgendwie aufs Jahr hochzurechnen. Komme ich auch nicht hin. Ich weiß es nicht. Also das ist schon mal ein bisschen unseriös, würde ich sagen, wenn ich mit Sachen werbe, die irgendwie gar nicht in meinen normalen Verträgen stehen. Auch wenn man in dem Fall theoretisch mehr bekommt. Ja, zurück zu dem anderen Anbieter, der im deutschen Raum sehr prominent vertreten ist. Das ist Usenect. Und die Angebote von diesen Anbietern, also von Usenect und Usenet NL, ähneln sich schon in so einigen Punkten. Also das ist schon verdächtig. Schauen wir uns mal die Angebote von Usenect an. Hier zahle ich 8 Euro im Monat bei 12 Monate Laufzeit und bekomme einen Highspeed-Usenet-Zugang von 30 GB im Monat. Tatsächlich, 800 Mbit pro Sekunde ist natürlich Highspeed, vor allem für deutsche Verhältnisse. Aber nur 30 GB im Monat, das ist schon sehr wenig. Wenn man aber genau nachliest, liest man hier, dass man 2 Mbit pro Sekunde dauerhaft bekommt. Das gleiche wie also auch bei Usenet.nl. Sind diese 30 GB verbraucht, geht es mit Schneckengeschwindigkeit einfach weiter. So könnte man irgendwie um die 600 GB im Monat theoretisch laden, wenn der Computer durchläuft. Was natürlich auch wieder Stromkosten verursacht. Es gibt hier auch noch andere Tarife. Also hier wird es dann richtig teuer mit 26,95 im Monat. Da bekommt man dann 300 GB monatlich mit dieser hohen Geschwindigkeit. Aber auch hier habe ich schon gesehen, gibt es relativ dubiose Werbeversprechen. Zum einen, hier unten habe ich uralte Tests. Also da sagt das PC Magazin vor 6 Jahren mal, dass das wohl sehr gut ist. Gut, wenn man sich mit so altem Zeuge rühmen muss, ist ja auch schon mal komisch. Was ganz komisch hier aber ist, ist zum Beispiel die Werbung. Ich gehe mal auf die Startseite. Und hier kommt so ein YouTube Video, das spiele ich nicht ab. Aber das Thumbnail verrät schon, es gibt Daten ohne Limit. Und wir haben ja gerade gesehen, es gibt eben keine Daten ohne Limit. Entweder habe ich ein Geschwindigkeitslimit oder ein Volumenlimit. Also das ist definitiv falsch. Gruselig ist auch, wenn wir mal zu den Newsreadern schauen. Dort werden Newsreader wie Momentum zum Beispiel oder Holmets empfohlen. Schaut mal auf Tarnkappe Info vorbei. Dort wird ausdrücklich gewarnt vor diesen Newsreadern. Diese sind nämlich nicht sehr benutzerfreundlich, sondern spionieren Passwörter aus. Das heißt, lädt man dort eine verschlüsselte NZB-Datei oder ein verschlüsseltes Archiv herunter, werden diese Passwörter oder wurden diese Passwörter an einen Indexer übertragen. Und dieser hat dann diese Dateien im Klartext zur Verfügung gestellt. Das war für viele Usenet-Foren sehr problematisch und hat dazu geführt, dass diese Dateien nicht mehr verfügbar waren. Link zu den Artikeln von Tarnkappe Info findest du in der Videobeschreibung. Also wir haben hier schon mal sehr viele dubiose Dinge gefunden, sowohl auf Usenet NL als auch auf Usenet. Usenet NL hat übrigens einen eigenen Newsreader. Schauen wir uns doch mal den Vergleich mit anderen Anbietern im Usenet an. Wie schlagen sich da Usenet NL und Usenet NL im Vergleich? Ich habe jetzt also Verträge mit Laufzeiten von 12 Monaten verglichen, einfach dass das irgendwie vergleichbar wird. Bei Usenet NL habe ich unterschiedliche Retention Times. Die Retention ist die Zeit, wie lange Dateien aufbewahrt werden, bevor sie am Ende gelöscht werden. Das heißt, wenn vor 10 Jahren mal eine Datei hochgeladen wurde, dann brauche ich 3650 Tage Retention, um die noch runterladen zu können. Das heißt, bei Usenet NL wäre das dann dabei, also da geht es 10 Jahre zurück. Bei Usenet ist die Zeit kürzer, da habe ich die Angabe von 2705 gefunden. Die Konkurrenz ist da aber deutlich besser aufgestellt. Sowohl News Hosting als auch EWK bieten deutlich über 4000 Tage Retention. Wie sieht es aber bei den gleichzeitigen Verbindungen aus? Bei Usenet NL konnte ich dazu gar keine Angabe finden, finde ich dubios, denn diese Zahl muss man am Ende im News Reader einstellen können. Wenn ich dazu keine Angabe finde, habe ich prinzipiell mal ein Problem. Bei Usenet NL habe ich die Angabe 16 gefunden. Das ist im Vergleich auch wieder relativ niedrig. Bei EWK zum Beispiel bekomme ich 50, bei News Hosting bekomme ich 30. Das wird dann übrigens interessant, wenn man Account Sharing betreiben will oder halt hohe Geschwindigkeiten hat. Ja, News Reader, das Thema hatten wir ja schon. Bei Usenet NL habe ich keine News Reader, es werden aber dubiose und gefährliche News Reader empfohlen. Bei Usenet NL habe ich einen News Reader wohl dabei. Das können aber auch andere Anbieter wie zum Beispiel News Hosting anbieten. Bei EWK gibt es direkt keinen News Reader, aber einen empfohlenen und der heißt eben News Laser oder News Latzer oder wie auch immer man das spricht. Es gibt zumindest einen empfohlenen und der hat auch eine Suche integriert. Der ist also an einen Index angebunden und ich habe am Ende den gleichen Komfort wie ich auch bei News Hosting hätte. Wo ist denn der Limit des Datentransfers? Und da habe ich extra die Formulierung High Speed Limit gewählt. Das haben wir ja vorhin gesehen, dass Usenet NL und Usenet NL diesen Trick mit Ja, wir haben eine Flatrate machen, aber wir drosseln die eigentlich. Und wenn ich diese Tarife eben vergleiche, dann komme ich darauf, dass bei Usenet 30 GB und bei Usenet NL 35 GB aufgerufen werden. Als Limit für die hohe Geschwindigkeit. Sowohl bei News Hosting als auch EWK sind diese Geschwindigkeiten komplett unlimitiert. Bei News Hosting habe ich auch mal einen Geschwindigkeitstest gemacht. Blende ich mal in der Infokarte ein. Dort habe ich das Gigabit so gut wie ausreizen können. Bei Usenet NL finde ich jetzt gar keine Angabe zur Geschwindigkeit. Finde ich aber auch undramatisch, denn das ist bei 35 GB eigentlich eh egal. Das ist so wenig, was man da laden kann. Ob das dann besonders schnell geht? Naja, keine Ahnung. Kommen wir aber zum Preisvergleich. Also dafür, dass ich für 8 Euro im Monat nur 30 GB bekomme, finde ich das einen schlechten Scherz. Oder zumindest 30 GB mit der hohen Geschwindigkeit. Bei News Hosting habe ich ja beides unlimitiert und direkt auch den Newsreader mit dabei. News Hosting würde sich also direkt mit Usenet NL vergleichen lassen, die ja auch diesen Newsreader mitbringen. Allerdings habe ich fast alles, was hier quasi als Vergleichswert dient, in besserer Form. Nämlich eine längere Retention, mehr Verbindungen, Highspeed Limit habe ich gar keins und eine Geschwindigkeit ist auch unlimitiert. Ich habe also nicht diese Drosselverbindung dann nach irgendeinem Limit oder so. Und das würde ich halt hier für 11 Euro bekommen, also für einen kleineren Aufpreis im Monat. Ganz günstig ist aber natürlich Eweka, damit habe ich ja fast auch alle Vorteile, die die anderen anbieten. Ich habe eine viel höhere Retention-Zeit, ich habe sogar noch mehr Connections. Das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, aber lassen wir das mal so stehen. Ich habe kein Highspeed Limit und ich habe eine durchgängig hohe Geschwindigkeit. Und das wäre gerade mal 7 Euro im Monat. Und damit schlägt halt Eweka alle anderen Provider und mit diesem Newslaser kann ich auch bei Eweka das Ganze nachrüsten, um einen Newsreader. Also nochmal zum Mitschreiben. Usenet NL und Usenet NL haben sehr dubiose Versprechen, Werbeversprechen, die so nicht eingehalten werden. Bei Usenet NL ist es zum Beispiel dieses Brechen von Unlimitiert, obwohl nichts Unlimitiert ist. Bei Usenet NL ist es schon mal die komische Startseite, die irgendwie 250 GB irgendwo verspricht und alles soll anonym sein, obwohl ich ja meine Paypal oder Kreditkartendaten hinterlegen muss. Also anonym ist das ja zumindest nicht. Zum anderen fällt Usenet NL bei One-Click-Hostern mit relativ unseriöser Werbung auf. Es wird oft versprochen, dass Dateien von One-Click-Hostern irgendwie im Usenet zu finden seien, wenn sie nicht mehr auf den One-Click-Hostern verfügbar sind. Das ist Unfug, Usenet und One-Click-Hostern sind zwei getrennte Welten und diese Dateien wird man in dieser Form dort nicht finden können. Wer sich also für Usenet interessiert, der sollte nicht zu Usenet NL und nicht zu Usenet NL gehen. Ist zumindest meine Meinung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut unterirdisch, gerade durch diese Limits, die hier gesetzt werden. Ich danke dir bis dahin fürs Zuschauen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo dieses Kanals. Wenn dich weitere Usenet Themen interessieren, dann kommentiere mir doch mal bitte, über was ich noch ein Video machen sollte. Ansonsten blende ich dir jetzt den Outro ein. Hier gibt es noch eine ganze Playlist zum Usenet, falls es dich noch weiter interessiert, das Thema. Also, ich will uns dafür, dass wir uns zu Usenet breathe, langfristig aus einem Portal.